so leute da bin ich wieder wieder in division 6 diesmal aber zwei andere teams und diesmal auch mit meinem co kommentator du bist so schnell ich wollte mir noch tee machen ja dann macht ihr tee los geh schnell ja nimm uns mit aber nimm uns mit nein ja mein wasser kocher steht hinten im letzten meter von mir entfernt denn du hast auch schon gekocht du musst nur noch die tasse ja macht das aber was aber so dass es jeder hören kann ja so die minkrein ging es gut wie sie wie sehen es so die beteiligen chance für beide teams aus okay durch den überraschenden sieg fans wird gott hat sich da einiges unbeschiffen ich glaube ich keine rechnet hat in der vision 6 die im quain aktuell auf platz 5 jetzt mit big auf 7 die kann rein theoretisch noch in die bronze medaille eingreifen aber das ist sehr sehr sie können sie nicht mehr schlaber keine scheiße ist wirklich ist raus aus der medaille kämpfen während die minkrein ein sieg oder was nichts wie sie zwingen sieg benötigt aber es wäre sehr sehr hilfreich als ja kleine medaillen chancen aber sind noch aber das sind medaillen chancen naja mit es ist ja aktuell sind hatten wir vor vor dem match von spättsquad gegen geld mit vier leute mit demselben anzahl an siegen auf platz zwei bis fünf also ein sieg kann einiges auf die tabelle schmeißen gold ist weg frage ist ob silber und france wie sie vergeben werden und da hat ihn können wir noch realistische chancen was haben wir hier verkauft wir haben auf seite von dem klein recht normal zwei recht normale shooter aber den normalen hüte raten oder zu und trance doch schon auch recht normal ja die mir kann hat jetzt gerade die sorgen können die rufung ausbauen er bleibt ja der bleibt so gut dran freut sich den wollte ich das bruschen verhindern schenken auf zwei kuchen los dennoch können diese nicht die zone stoppen dort im shop kommt die zone die zone geben sieht nicht so aus das gibt wegen wir die sonne halten kann geht hier mit dem frank den ersten kipp jetzt raus macht die heimler selber schlampft runter ja und dann war ich mir mit dem split die mit kein held das aktuell auch teilweise nur mit allerhöchster not und das war die nächste wir aus zwei davon geben können das sieht schon sehr stark nach dem käppchen aus das ist der körper kann auch eigentlich wohl ein stück ist hier ob du schon ist alleine geht rein winkel holt auch ein oder zwei nein es wird die zahl am drücker ja auf dem weg sich die führung ist die führung zu holen hier da kommt die nächste aber raus dass wir fliegt er verdienen kann schon direkt auch schon tot und jetzt mal gucken was da passiert nächste arme draußen geht die flank von hinten rein holt den heiter kann dieses schiff der mensch geben auf die nun ja sie bekommen den liter durch das ist eine situation in der mitte es stirbt und schaut ist alleine kann aber nicht wirklich was machen gleich jetzt die letzten zehn tics jetzt groß kohlen schweig jetzt aus wird es aber reichen zwei bis zwei schafft nicht ausgüttchen gestalten könnte ich glaube 5 0 für die für die in crime ja dieser dieser post ist schlecht gealtert sehr schlecht gealtert ja zwischen 6 ist ja die die vision wo jeder gegen jeden gewinnen kann quasi also auch da mal schauen was passiert aber tower konnte marco mart ich glaube da hat toad ein paar gute erinnerungen dran wenn du dich erinnerst das habe ich auch gerüchte dass es vielleicht die bester vorkommt 25er killbomb von toad in letzter woche hier auf marco mart auch in tc weil ich glaube ich habe da gibt das sagt mir was was hast du gekauft wird hier hat für die sagte das ja ich glaube jetzt sagt also mal gucken wie tot und diesmal jetzt zurecht kommt damit ja apropos best of das best of wird nach diesem match auf youtube online kommen kann ich sehr hart empfehlen ich würde sogar sagen es ist vielleicht das beste von allen haben wir so ein jahr hat kummer also nach daten nach diesen stream auf jeden fall zu unserem youtube-channel vorbeikommen vorbeischauen und euch da das best of rein sie es ist top kann ich nur empfehlen aber erst mal die münchen gegen squid bq das kann immer noch in game 9 gehen game 5 game 6 und nicht ganz aber mal gucken wie sie zu die münchen schlagen wird je die holt den schweiz erstmal gegen die münchen aus die münchen spielt wieder mit der doppelten aber kommen für keinen backliner und jetzt ist es wieder zwei das wirklich will auf jeden fall hier die medaillen chance von die mit klein zerstören kann ich nachvollziehen man soll ja auch nicht aufgeben auch wenn man keine chancen mehr hat geht das immer noch machbar für stück jetzt hier im wollen wir wollen die toad muss back up die münchen kann zu prüfen gerade erwähnt hat ja sie ist am ersten check wollen doch es wird nicht da schaffen sie die erste jetzt am tower die holt silko raus mithilfe der haid war glaube ich war es damit ist das check point erst mal wie es hättet lange geht die das kann der check war nicht sicher geholt oder immer ist da und das sind alle wieder am check point nur man braucht sich kurz auf dem check point ist erwartet stirbt aber holt der war wichtig dass eine gute 18 8 bis 10 punkte diese speichern diese safen beim nächsten push nicht speichern wo ich noch was anderes hast du gerade selber gesagt ja die blöde ich gesehen sehen der toad holt 2 kills geht für die nächsten kills atmen jetzt hier mit dem baller wollte den octa shot holen der ist aber schon gestorben jetzt im wettbewerb im klaus kommen wir dann immer eigentlich nicht sehen aber die mit rein der länder pushen squid peak ist er die passivere mannschaft sicher verteidigung macht 90 ist kein guter push aber holen ist ein bisschen unkoordiniert für ihn von hier das sind nicht auf dem tower waren aber immer noch im rahmen des machbaren armors direkt draußen und das könnte es viele punkte geben für team kein nächster aber draußen sicko holt ihr die selbst holt den titrand und da ist der nächste web web nummer zwei und das ist gebrochen tag nach dem dritten check point aus außer wie kriegt wir das hin hat mit versuchter was holt toad raus drei am tower dritter check point ist durch aber es sind nur noch zwei klein und wir durch pushen und schafft noch hoch ja schaffst du und schafft noch den turm ins ziel zu tragen und holt hier mit den ausgleich gegen die gegen squid b verdienter sieg auf jeden fall sehr aktiv und dann auch noch diese zwei schönen vibes hintereinander da konnte es wird dann gar nichts mehr machen und so steht 11 das heißt wieder auf jeden fall in game 16 das freut mich ich hatte nur das game neu diese woche ab und zu sehen am besten wie man eben neun ist immer das beste wirklich so schlimm ist es ist nicht es nicht mehr ich meine das ist wirklich immer das beste war halt 44 und vor allem in der letzten woche post und medaillen geht ach so wer seid schon geilen in game 9 zu sehen das meint so ja so schön 44 ins entscheidungswett schreien hast du keine ahnung um bronze silber oder so entscheidet oder gold vielleicht würde ich es nicht behaupten ich meine ihr habt sie ja rein gewählt also anscheinend ist ich habe doch nicht so sehr schlecht wie viele leute das denken ist halt nicht ohne grund in den top 2 kleid mit maps trainer camp trigger fisch und wenn ich gewählt hat das ist dann sein eigenes problem ja aber bis jetzt wenn die webteils haben hast du warum wurde sie hat dann gewählt das denke ich meistens auch also weise so individuelles empfinden ist er das eine aber wenn es hat die gruppe meint dann ist es halt so weiter geht's da haben wir einige abstimmungen die für nächste season relevant sind aber bevor wir zu game 9 kommen müssen wir erst mal über shipyard beziehungsweise über die schrift stör werfen schiff werft die stör werft wir sehen jetzt kein beck dann aufs kritik seite was die ganze zeit schon ich weiß gar nicht albert aber erzählen wieder eine heavy auf der seite von dem crime und auch den ersten weg raus und damit ist die mitte erstmal dienst freins territorium aber stirbt muss das erstmal nicht heißen und der stirbt die wie erst mit dem winemaker unterwegs kann aber nicht die ausrichten er will links lang gehen das sieht man auch aber zwei sind sehr auf dem snipe wie man es gerne nennt die ihn ablocken zico ist jetzt wie geht in den tinden schock rein aber nur noch die set am leben wo ist die wettbewerb und das sind einfach nur versuchen punkte zu holen 40 ist ein guter anfang aber das glaube ich dürfte dafür gewesen sein verdienungswein weisen da und reisen dauern nur noch der junior in der mitte jetzt und was ich hatte aus den spawn raus kommt ist auch ein jams und der ist die mir sagen schöner hat man hier aber jetzt haben gut ein wir versuchen versuchen weitere pixel aber zweiter hat den push erst einmal gestoppt und es sind zwei dauernd 50 da kommt die büder raus ab und überlebt die büder wegen der aber aber kann nichts weiteres machen und da ist ein doppel kill und das gibt es mit dem können wir die herrscht die mitte diese doppel arm auch kommt funktioniert anscheinend ist er nicht immer gesehen auf ein maker total komplett aggressiv wird gepickt war es immer noch ein 3 was ist 3 es wird mit 3 welche jetzt aber ist draußen was wird das nix passieren kommen die barbe ist kommt das gleich da und sepp geht erst mal dauern 40 ist nicht out of the range muss man denken immer noch machbar zu holen aber das ist allgemein in operation gold nicht so da kommt jetzt die kenzer die kenzer buja die kenzer buja bombe tobi holt er zwei picks ist nur noch einer am leben von demon crime der trade mit yeti aber der waymaker lebt das ist das wichtige wird er den lead holen können ist die frage 48 46 nein leider nicht tobi ist alleine gegen vier vorne kann keinen klick holen lebt aber noch und sie werden die direkte welcher wie es hätten gute entscheidung meiner meinung nach das war scary und dann können das anders ausgehen sechs punkte sind nicht viel das sind vielleicht zwei meter in der gemein und europa zum goldfisch geht die fit so offensichtlich wird hier gepickt zwei versus zwei er teilweise drei so dass wir in der mitte und muss selber aber pushen das merken sie auch sie kurz hat auch schon gekämpft und auf dem weg zur linken seite der map sehr berühmter push ja über diese edge da wird aber gepickt von tobi hier achte sekunden haben beide teams jetzt genau weil sie es haben wir haben weit gepusht dennoch hat die man kann weiter in die führung und hat eine rame maker jetzt zum schwamm es geht sie nehmen wird das mehrere punkte leider kein punkt aber wurde recht auf dem kleinen ja hilft jetzt weiter weiter weg ist immer noch überzahl für die menschwein hat die ukrain hält auf jeden fall sehr diszipliniert die mitte und das ist das wichtige was aktuell benötigen lang sie die mitte halten haben sie das volle macht holt hier den profi kleckser raus dort krepp noch macht kommt aber nicht weiter ich hätte gelassen wäre stort gewesen wert ist eine lücke vielleicht vorhanden in der mitte aber 15 sekunden nur noch einer muss es langsam kreppen von squid wie das macht auch nils hier und jetzt ist die frage werdet sie sich vorankommt atmen schmeißt die bubbles raus nicht perfekt platzierte bubbles und da kommt der fahrer rein her news dafür nicht zurückziehen und bekommt der strafpunkte und der tod versucht daran zu kommen an news tod bekommt auch müssen damit gewinnt die 2 die dritte runde und ihr zweiten punkt wäre dann einfach mal bei das dynamo team geplant wird hoff ich mal dass wir euch in season 3 sehen dann in division 1 ja erinnert euch dann einfach döner-roller döner-roller genau ich mag döner ich hab schon so gern keinen döner mehr gegessen auch für sie Ja, Sie können ihren schreien. Den Rollerpick trainieren. Ja. Das Rollerquod-Team. Nein, das Dynamo-Rollerquod-Team. Kein Roller. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ich will mit Schreien. Kleine Kinder draußen rum. Ja. Ich muss den mal zurufend, es ist Lockdown. Aber nach dem Flughafen ist es draußen rum, wenn er noch nicht. Gehen wir auf Encomit Games HQ rein? Ja, gehen wir. Sehr defensives Klempitz-Map. Das habe ich oft genug schon erwähnt. Da zu verteidigen ist ein Klacks. Wir hatten es ja im letzten Match gesehen. Zwei, ein Solo-Puls hat es am Ende entschieden. Guck mal. Guck mal, wie mit unseren Spielerschnittes hinkt für 2020. Ernsthaft? Ja. Also da kann man dann tolle Sachen nachgucken. Warum? Die meisten Spiele spielte, wie viele Spielstunden mal verbracht hat. Wie viele Tage man aktiv war. Das brauche ich gar nicht nachgucken. Den traurigen Akten weiß ich selber aus dem Kopf. Da kannst du trotzdem nachgucken, wie viele Spiele man gespielt hat. So all diese tollen Sachen. Demon Cry muss dieses Set hier gewinnen, um Chancen auf Silber zu haben. Bronze, wie gesagt, ist auch mit einer Niederlage theoretisch gesehen machbar. Aber Silber wäre dann weg. Und wir sehen den Wandschwapper auf Seiten von Squidbeak. Und einen doppelten Try auf beiden Seiten. Also auf beiden Seiten. Try auf beiden Seiten. Und Känzer Profi. Auf beiden Seiten ist es Battling. Aber verschiedene Varianten. Und Tobi wird direkt gepickt. Nüß macht das ganz gut mit dem Schweißloscher. Oh, er wird aber von anderen Seiten gepickt. Und das ist die erste Push-Up-Nütze-Star. Amor ist drauf. Da sind die Sie. Draußen werden befinden. Chappadit. Werden sie auf einzuspielen ist die Frau. I hope. Die stampfen alle raus. Sie haben es auf jeden Fall gescheckt. Es wird ein Replay geben. Ja, wird ein Replay geben. Ich war so lange am alten Postfach nicht mal drinne beim E-Mail, dass ich da die neuen Datenschutz-Abgeordnungen bestätigen musste. Oh. Das ist ja interessant. Ey, ich hab die Mail gar nicht bekommen. Du hast mich angelogen. Aber echt, ich hab die bekommen. Also ich kann ja ein bisschen... Ich kann ja das mal ein bisschen unterreden. Oh Gott. So, angefangen habe ich am... Mit Nintendo Switch habe ich um 13.05.2017. Ja. Das war... Das war 4 Reasons, Splatoon. Meine meisten gespielten Spiele im Jahr 2022. Splatoon, Overwatch, Smash & Pokémon Mystery Dungeon. Hä? Ich seh das echt nirgendwo. Wir sind nur Maze für Nintendo mit Danke für euren Einkauf. Was hab ich da gekauft? Ich weiß es gar nicht. Ah ne, da hab ich HW gekauft. So, dann. Ich hab 1204 Stunden mit Nintendo Switch verschwendet. 18 Spiele hab ich gespielt, war 247 von 366 Tage aktiv. Falsche Mail. Ich muss raussehen, welche Mailadresse ich hatte auf Nintendo Switch. Am meisten gespielt habe ich am Montag den 4.05. Was war denn da am Montag den 4.05? 2020? Ja, 2020. Ja, ja, wahrscheinlich mal Genetik war's. Wahrscheinlich war da irgendein... Nee, Montag. Ich weiß es nicht, kannst du nicht sagen. Aber du warst auf jeden Fall in Genetik. So, ich hab Spiele verschiedener Genres aus. Action, Adventure, Meshwil und RPG. Nein, stopp, 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 du drückst erst mal weiter. Okay. Also ich hab weitergeguckt. Also ich hab mich gemobbt. Ich bekomm das gar nicht gerade. Tja. Resultat, ich bin süchtig. Ich geh genau. Das ist korrekt. So, ich hab... Ich hab 1148 mein Nintendo Gold-Punkte. Das war nicht genügend. Das Spiel versteckt mir gefallen in Köln. Ja, Resultat ist... Animal Crossing, B-O-T-Mario-Party. Okay, und jetzt empfehle ich dir, dass du das aufhörst, dann ist mein Spiel wieder los. Okay, ja, das ist auch bis nach grad zu Ende mit den Statistiken. Ich kann das nur unterschreiben von Oliver. Resultat, ich bin süchtig. Ich glaub, das hört man zu einem rauskommt. Aber ja. Selbe kommt's logischerweise auf beiden Seiten. Mal schauen, ob der Anfang nichts mal anders sein wird. Tobi stirbt ja wieder direkt am Anfang. Direkte Copy-Pastes von der ersten Runde, basic, wie gesehen. Mews verteidigt wieder links den Gun mit seinen Files-Losher. Also 1 zu 1 eigentlich dieselbe Situation wie vorhin. Jetzt die Armor raus. Wird was passieren. Silko will reinflanken von der Mitte. Wird von der Heavy gesehen. Poppt die Armor. Kommt er noch lebend raus. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, aber er ist auf jeden Fall lebend rausgekommen. Aber Squidby konnte den ersten Push-Versuch verteidigen. Ja, haben auch viele Muscheln gerade. 23 hat Demon Cry. Und jetzt ist Nils Tod. Jetzt gehen sie rechts rein. Toad und Olyma. Torben mit der Buerbombe Olyma. Mit der Clan. Holt einen. Holt er den zweiten. Zweites raus. Heavy Lars. Mit der Buerbombe. Schmeißen. Holt Swapi, aber sie dürfen reinschmeißen. Und jetzt ist der Schwapper alleine. Kriegt zwei Muscheln rein. Stirbt aber. Aber ein sehr solider Push eigentlich von dem Anfang. So. Squidby hat jetzt noch mehr Muscheln. Das heißt, sie können noch härter pushen, wenn sie es schaffen, zum Gegner in den Korb zu kommen. Toad pickt aber für Atmen. Ja, und geht auf den Blob. Der Letzte hier in der Nähe rennt weg. Kriegt ihn aber nicht. Muschel wollte er die Clan retten, hat nichts so funktioniert, wie gedacht. Wir wollen von Toad. Toad holt Tobi hier raus. Oh, und da hat News, die Clan retten, die Toad hat noch einen anderen Schweißlöscher. Aber niemand pickt die Klemmen auf, oder? Doch, da ist ein Wecklein. Toad wird, ne, doch nicht ganz so eine Challenge. So, die Frage ist also nur noch, wann wird es wirklich hier durchbrechen? Die Linke ein Hälter in die Mitte, aber in diesem Fall ist aktuell das Team, was aktuell immer stirbt. Das ist meistens. Da ist Toad wieg in der Mitte, Toad versucht, ihn zu challengen. Toad ist down. Jetzt über die Situation für Püttik und Tobi will da rein, Tobi geht nicht auf die Buja-Bombe. Wird sie auch runterschmeißen. Wird er damit nichts weiter machen können, weil es ist down von SquidBee. Und jetzt müssen sie eigentlich im Push wieder ab. Oh, zwei down. Oh, was ihr Glöckse abblasen, rein darf. Tobi, es kann nicht so gut. Trifft die Bande. Nein. Ach, mein Kopf noch rein. Ach, mein Kopf kommt ein. Ach, mein Kopf drüber. Wird er da rankommen. Er kommt doch nicht gerade. Wie unlucky ist das denn bitte? Erst schmeißt er eine gegen die Bande, dann schmeißt Atmen drüber. Und dann kommt er ab und noch an die Kleinen ran, aber kann halt nicht mehr scoren, weil er direkt gepickt wird. Tobi überlebt jetzt ganz knapp, weil einer seiner Mädchen zu Hilfe kommt. Eine Minute hat SquidBeat noch. Jetzt sind drei down, jetzt müssen sie rein. Ich habe auch keine große Clam, weil die... Einer hat ach, aber das ist keine große Clam. Nüster, die große Clam jetzt. Diesmal nicht drüber schmeißen, Mews. Er schmeißt gar nicht. Das ist auch keine gute Option. Oliver stirbt, Atmen stirbt. Und damit hat DemonCoin solide verteidigt. Tobi wird da rein. Tobi hat die Clam fast gehabt. Und das sieht sehr stark für DemonCoin gerade aus. SquidBeat gar keine Muscheln übrig. Benötigen jetzt schnell eine Zehner-Muschel. Haben aber nur drei. Toad will ja da reinflanken. Und das funktioniert halt auch, weil da nur einer ist. Aber Toad stirbt. Und das sind vier geschenkte Muscheln für SquidBeat. Aber ich heiße es auch die meiste. Aber zwei Sekunden noch übrig. Sie haben zehn Muscheln. Sie müssen sie nur aufteilen untereinander. Einer hat acht von Nüster hat acht. Ich benötige nur die großen. Erstmal. Tobi stirbt. Nüster hat drei. Muscheln. Und das ist der 3-N-Sleeve für DemonCoin. Mit einem anfangs soliden Push. So. Jetzt geht's zur Halbzeit. Splat... Splat... Nee, nicht Splat, sondern Splatfest. Turf War. Für Bunker Games. GameCoin hat eine gute 3-1-Führung. Doch können sie diese weiter ausbauen. Der W-Kamp ist ja immer ein bisschen... Ein bisschen eigen. Und Tuf War kann alles passieren. Out und Kämpfer sind keine Backline-Waffen. Das stimmt. Hey, Nintendo sagt aber, das sind Backline-Waffen. Also in Out zumindest. So, geht's dir jetzt nochmal gucken nach deiner E-Mail. Die Depressing-Stats brauche ich mir nicht anschauen. Oh. Äh, nicht. Gerade, okay. Bunker Games, auf jeden Fall. Squidbeak ist ready. Wie sieht's mit Demon Crime aus? Mal schauen. Ob Demon Crime ihre Führung weiter ausbauen kann. Es geht weiter. Guck mal, was hier gespielt wird. Es gibt ja gerade eine Diskussion im Chat, ob man Backline spielen sollte in Clamp, bzw. auf Enk Lamp, jetzt Enko. Äh, ich sag ja, lol. Ist ja gerade eine Heid war es gut auf Clamp, Enko. Aber wir sehen, oh, oh, viel Pain auf Demon Coins, Leute. Oh, ja, 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 es ist richtig viel. Demon Crime bleibt ihrer doppelten Armor-Kombi, äh, gerecht. Und spielen eine sehr, sehr aggressive, sehr, sehr Pain-lastig, sie kommt. Wo halt, wenn es der K-Pro, der Wansch-Wapper und die Heavy richtig anstellen, das Match gewinnen werden. Ja, da du kein Ups, du gar keine Range hat. Bunker Games, das ist eigentlich mit Liebe, ist eine sehr, sehr offene Map. Du hast nur in der Mitte ein bisschen Deckung. Aber auch da nicht wirklich. Aber so Picks wie Olimar hier gerade, die sind halt wichtig, da dann Range-Waffen rausfallen. Das Wichtigste anfangs war es, hier erstmal die beiden eckigen Gebiete zu färben. Und weil sie seinen eigenen Spawn gekäbt bekommen. Die Mitte ist erst später relevant. Genau. Jetzt sieht es gar nicht so schlecht aus. Für... Für Demon Crime. Erst Eindämmung beginnt gleich. Eindämmung kommt, keiner versucht dadurch zu... Schwimmen. So, Kuppel-Ges roter. Der Wansch-Wapper hat ein bisschen gepaintet. Der Wansch-Wapper hat ein bisschen gepaintet. Na ja, ein kleines bisschen ist immer ein kleines bisschen. Ja, kein bisschen mehr als gar nichts. Frage ist jetzt aber, wer wird die Mitte bekommen. Denn es ist eigentlich nicht ausgeschlossen. Der ist gerade noch wirklich einen minimalen Vorteil wegen dem Wansch-Wapper. Aber auch nicht wirklich erwähnenswert. Popp die Armour, geht aber drauf. Zwei Daumen von Squid League. Das sieht sehr gut aus, für die Lieben Quine hier. Und mit der Eindämmung. Mit der zweiten Eindämmung. Die Frage wird sein, wird Squid League es noch reinschaffen oder nicht mehr? Drei bis drei Situationen jetzt. Drei bis drei Situationen. Das ist für Squid League wichtig. Jetzt müssen jetzt in die Mitte. Und die Mitte halten. Dämmerung beginnt. Da ist sogar ein Jumper. Jetzt kommt die Buja raus. Die Buja ist eigentlich sehr, sehr gut. Das wird schlussig hier. Jetzt wird hart gekämmt. Wer ist in der Mitte noch? Der Trade. Wer wäre es in der Mitte noch? Squid League ist in der Mitte. Squid League ist in der Mitte. Squid League ist in der Mitte. Ich bin die Mitte hier. Aber das sind nur acht Prozent Vorteil. Das muss jetzt nichts anderes sein. 16 Prozent, das ist ganz normal. Er will ja acht Prozent, die andere Seite auch hätte gehen können. Aber hier ist noch alles offen. Squid League muss die Runde jetzt erstmal hier gewinnen. Wird gepickt jetzt hier. Das ist auch ein Jump. Ist aber bereit. Atmen kämpft den Jump up. Yeti macht vorne Pressure. Und das sind kleine Danger Squids für Team Demon Crying. Damit gewinnt Squid League die Töpferrunde. Und kann anschließen an ein 2 zu 3. Selbst wenn Demon Crying die Mitte gehabt hätte, hätte es nicht ausgereicht. Der ganze Pain schön und gut, aber das Fehlen an Range hat dann doch zur Niederlage geführt. So, Game Nummer 6. Wir werden wieder Reeves sehen. Wir werden wieder... Ich will Game 9 hier sehen. I want to see Game 9. Okay, ja. Natürlich will ich zu Game 9 sehen. Natürlich will ich immer Game... Du magst es so sehr, Zeit mit der DSB zu verbringen. Nee, äh, ich mag nur mit meinen spannenden Matchs sehen. So, Herrschaft Buckel war ein bisschen. Mal gucken. Der erste Herrschaft Game hat Squid League gewonnen. Mal gucken, ob sie dieses hier gewinnen werden. Dann hätten sie den Ausgleich. Auf beiden Seiten hatten wir die Schweißhäuser gesehen. Deswegen wird das wieder gepickt. Wir hatten auch auf der einen Seite auch eine Spreading Ultrabass gesehen, die auch sehr beliebt ist auf der Map 4. Könnten wir auch wieder sehen. Ja. Die Frage war, wie du es gerade erwähnt hast, wird Squid Pig ja ausgleichen können, weil sie das erste Turfer-Mash... Genau, jetzt haben sie auch gewonnen, dass wir das erste Zone-Smash gewonnen haben. Oder wird sie das gewinnen? Äh, Steven Crane... Irgendwas ist denn los? Steven Crane gewinnt, so rum. Okay, was haben wir hier? Wir haben natürlich einen Try auf beiden Seiten. Steven Crane spielt eine Airbrush. Und auch bei natürlich... Bei dem Ultrabass. Und auch nur ein K-Pro. Das ist die einzigen Unterschiede... Das ist die einzigen Unterschiede, die wir hier sehen. Airbrush und... Bandschlapper. Viele sagen immer, Airbrush ist ein super Peep. Ich kann es verstehen, weil Buja-Bomben keine sehr, sehr gute Spächer auf dem Map ist. Vor allem eine Triple Buja-Bomben-Kombination. Nur, Airbrush hat ein sehr, 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 sehr viele Probleme. Anderweitige Probleme. Aber wenn du es jetzt so wie Seko gerade machst, dann... Ähm... Sinds Proben ein bisschen Gong. Ja. Und er stirbt. Ja. Try, Wandschlapper, Ultra Bass... Gegen Ultra Bass, Try und Airbrush... Erwachsen, Waffen, mehr oder weniger. Wie sagt er, wie gesagt, vielleicht... Manche Teams spielen, zwar nicht Teams nicht. Und nö, nö. 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 Nö. Nö, nö. Nö, nö. Und die Strafe... Die Cloud ist draußen, wird etwas weiteres passieren. Amor auch! kriegt wie unterstürzt wird von zwei geflankt hat man hat die frau egal auf jeden fall die die connecter und ein ok dann übernehme ich jetzt hier so aus würde ich weiter weiter in kontrolle zum ok jetzt nicht mehr so kratz ist schnell gekämpft das wird wieder fleißig ruhebomben unsicherung die versuchts von der seite ich hab's aber nicht gegen olimar olimar hat aufgepasst nächste bomb von demon crime die haben schon zwölf ruhebomben geworfen nur mal am rande erwähnt strafen wird gleich vorbei und sie weg doch die zonus neutral wo niemand nutzt eine booyabomb nächste bomb kommt auch noch letzten 10 tics 4 3 2 1 und das match geht ans demon crime der booyabomben hat funktioniert ja wie wir sehen 14 booyabomben war es schon eine ganze menge so willkommen zurück gracy hi ja hallöchen so jetzt geht es weiter mit game nummer sieben ein sieg für die man kann das selbe machen kann oder ob squid becky den sieg holen wird und den anschluss wiederholen wird ein sieg verdienen können wir sagen sehr 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 wichtig für aber ich habe mich das kritische campus ergeben wird lorenz block mit random hits block hat keine random hits das hat alles genau alles geteilte hits beim block seit wenn die ganze schusswaffen bleiben da sie rng haben so es beginnt die game nummer sieben was für gar nicht lob ist die einzige web wo du das wirklich richtig timen musst und vorausdenken musst also wie random kann man das teilweise wirklich nicht beschreiben lob hat keine rng also ist nicht random im gegensatz zu anderen waffen wie junior und airbrush und t-tag und sowas die haben alle rngs das ist random keine random hits aber wir gehen jetzt schreiben wir auch wieder blobs sehen auf jesus seite der direkt mal drei hits bekommt leider keinen vierten aber drei bis drei situation sehen den schweißloscher wie die ganze zeit auf seinem lieben vor allem jetzt ist aber die tod sicko hat ihn mit dem ist und das könnte der anfang sein für einen starken pust hier verdienen können und zweiter dauern keine arme aber die die im kinder ist allerersten mal aussagt gerade eben also das zweite mal ohne doppel aber unterwegs in der match hat nun bekommt ihr den pick auf den bambu hat nun bekommt ihr den pick auf alle macht er ist ein sehr sehr umkämpfte anfang auf jeden fall aber muss weg wird gepusht vom titel jetzt sind drei dauernd von diesem kleinen testen kann das was genau das was ich kann größten das westen war vor einer stunde dran ja und die sind am checkt und könnten auch ohne größere probleme holen werden sie den 2 9 ist die frage olle mal stirbt die linke flanke auf jeden fall frei hat mir da ein bisschen unglücklich und eigentlich welchen wesen mit der bierbombe seko amt auf der brücke gegen mils aber ist der zweite checkpoint dass die stadt das sieht schon sehr sehr bedrohlich aus hier für die mit freien der push auf den dritten check point die bierbombe kommt daraus wird hier zum auto geschmissen da muss tot und der andere weg tod ist auch gestorben so wie tot am checkpoint geht die auch es ist nicht der check und news versuchen zu holen erwis hättet sich ein bisschen auf jeden fall noch nicht weiter doch kommen wir tobi stückte aber klasse verteidigt und die mit fremde den dritten checkpoint das war vertrete checkpoint und von drei auf null check und gewünscht zu werden ist aber alles noch oft das problem was die männer hat sie lassen sich alleine pick mit sie versuchen alleine was zu reißen das funktioniert nicht so wirklich in einer versuch leider ist er einer hat versucht allein den tun zu frischen und das ging nicht gut und atmet mit dem nächsten pick hier hat man es gerade von feiern würde ja auch und da kommt da kommt das denken hinten da ist der kopf lenkt der zwei oder drei kill so bin ich sicher gewesen aber das ist nach gut aus wie die bei breitfurt sind frage sind nur wie weit ja sicher jetzt denken wir schon was in der ersten checkpoint stoppen sie sehr safe ja die jetzt geht nicht wirklich rein oh ja kommen die aber auch aus und hat gerade wieder tot tobi alleine tobi muss back up oder mit dem vom fahrer stirbt hier schöner vorteil den tobi heraus gewohnt und kann gerade mal den checkpoint ein bisschen unterbrechen aber auch nicht mehr tobi stirbt nils versucht einen checkpoint ranz an den tower anzukommen schafft es ja nicht ganz 3 3 3 die führung holt er zieht sich mal weit im zwischen muss da jetzt rein tobi geht auf dem turm tobi holt kein weiter aber nur noch das das ist am tower jetzt beim wo ist in der mitte und damit weg der zweiter ab aber der lied ist da und das ist das wichtige zwischen den kannst du nichts einfach mal 80 punkte hinten und macht seinen komplex ja warum nicht ob es kürzlich das jetzt wieder der aufgrund kommt da jetzt die führung wiederholen können wird sehr schwer nur noch nur noch gleich 20 sekunden hängt schon mal mit dem buschen doch die man kein schöner weg von alle mario geht auf konfrontation war ja schon gehen auf weil situation jemand crime hat keine die mann holen oder ähnlich so wie auf den tower wieder bei angriffen vom bernbo vom try als nun noch habe ich raus und so ist frei thomas don die man gewinnt das match hier mit 52 wie das andere im division 6 genau genau die man klein holt gegen ende dann doch noch die führung und gewinnt damit dieses set 52 gegen squid b das heißt auch die man crime wird ein interview führen mit uns da sind auch schon da so herzlich willkommen toad und toad bär zum interview herzlich willkommen zu diesem 5 zu 2 sieg gegen squid b wie fühlt ihr euch ja erstmal danke dankeschön wir sind auf jeden fall jetzt relativ zufrieden es sah ja zwischenzeitlich doch gefährlich aus mhm ja aber sonst fühlen wir uns gerade ganz gut dass wir die season jetzt nochmal mit dem win beenden konnten ja ist immer ein gutes gefühl so dann hier den chat schreiben erstmal hier an den chat fragen wenn ihr Fragen habt gerne stellen natürlich wie immer so dann wir können auch gleich mal anfangen so als erster gehabt ihr habt ihr zwar verloren aber aber dann doch aber dann drei games miteinander gewonnen also also sei also hat euch der erste lust dann dann noch mehr motiviert also habt ihr dann ansporn das zu drehen das teilweise ja ne ne mach du zuerst und war jetzt die erste map nicht wirklich unsere muss man wie muss man dazu sagen hm das wollte ich auch sagen also die erste map allgemein zones glaube ich ist bei uns relativ schwierig und ja eigentlich ich weiß nicht vielleicht war es nochmal der kleine kick der uns nochmal beflügelt hat diese eine loss aber naja wir haben es ja dann relativ gut gemacht die nächsten spiele danach ok hier ist was wichtiges reinkommen ist zwar keine frage aber es ist ein team kam gegen die turnierleitung nämlich team oh ne ich will die turnierleitung battle tja glacy freut sich da schon besonders drauf ich will kein tim werden mhm ja wirklich ja leute fordert alle glace jetzt irgendwas heraus los komm 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 so dann so dann weiter geht das fünfte game eure idee war nur paint aber nicht viel range das war eure gedanke dahinter letzte woche wurden wir auch gestreamt und da war ja auch die gleiche map in dem modus dran naja ist ja klar dass die turf ist und da hat das relativ gut funktioniert ja und da dachten wir uns dann dass es diesmal genauso gut geht war dann nicht der fall aber ja ich werde gerade viel über das über das team über den teamkampf aber ja zurück zurück zum interview ja eure idee war ganz gut aber hat leider nicht so ganz funktioniert gegen squid big aber dennoch habt ihr dann habt dann eure idee im nächsten match funktioniert nämlich der booyabomb spam mhm vielleicht könnt ihr auch ein bisschen darüber reden ähm ich habe ja die a brush gespielt und allgemein auf der map buckfish stadion ist das buckfish stadion ich weiß gar nicht nein ist das buckfish oder humpback pump track ja irgendwie sowas ja genau ähm wir haben die map schon mal genauso gespielt ungefähr mit derselben comp ähm im zweite oder dritte spieltag und da hat das auch relativ gut funktioniert und da dachten wir uns ja wenn es letztes mal funktioniert hat könnte es ja dieses mal auch funktionieren also die booyahs waren relativ gut geworfen fand ich jetzt ja hat man auch gesehen dass die vierzehn booyahs funktioniert haben so dann noch ein game nummer sieben ja ihr wart also die squid big hat ja sehr weit gepusht bis 19 aber dann habt ihr dann doch noch die führung geholt gegen ende wie war es dann so bei euch und also für mich war es so ich habe bamboo gespielt und ich habe am anfang überhaupt nichts getroffen und das wurde dann mit der zeit besser und irgendwann hat dann auch das pushen als die wieder geklappt wenn die gegner weniger da waren also wenn wir einfacher die picks gekriegt haben oder die kills und ja dann konnten wir da relativ gut pushen ja der komplexe komplexe frage warum der bamboo der bamboo ist der bamboo ist die letzten season und ja es gibt keine schlechte waffe braucht man halt muss man halt gut treffen können ja der bamboo ist aim und pain sehr wichtig sonst ist er nicht ganz so gut ja dann vielleicht hast du noch ein paar fragen nein okay dann ja ist jetzt die season für euch vorbei dann habe ich die frage macht ihr dann bei season 3 auch noch weiter wenn es eine gibt auch mit dem selben team ja falls es eine gibt also ich habe jetzt für die nächste season oder jetzt allgemein bin ich gerade dabei mir ein team selber zu machen deswegen möchte ich mich auch nochmal bei demon crime dafür bedanken für die tolle season hat sehr viel spaß gemacht und ja ich hoffe auf jeden fall also ich bin auf jeden fall nächstes noch dabei dann halt in einem neuen team naja ja also wenn es eine nächste season gibt dann wird demon crime weitermachen ja okay dann ach hier gut so demon crime wird weiterhin bestehen bleiben und dazu wird es noch ein wird es noch ein anderes team geben also es werden ein paar gehen wahrscheinlich und werden dann halt neue wiederkommen aber so der hauptbestandteil bleibt quasi ja ja bin ich dann bin ich dann gespannt dann auf season 3 falls es falls es season 3 geben wird so wirklich viele fragen gibt es nicht beim chat obwohl warte ne da das ist keine fragen obwohl doch ich habe ich glaube ich habe deine verpasst ich habe da einiges verpasst ja ja warte ja dieser teamkampf der hat der hat gut abgelenkt so wie kann man tower auf cdc am alt gut spielen also also einfach zur richtigen zeit die pixel und dann pushen wir haben ja wieder mit bomben viel gespielt die da man die man da relativ platzieren kann wieder doppel schild und ja damit geht das ist okay dann okay dann so gucken wir weiter durch den chat ich fand das match ich fand das match gegen ja ich fand das match gegen squidpeak gegen squidpeak so auch eine frage vom chat also ich fand das match hat spaß gemacht das ist ja auch die hauptsache und ja 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 war halt auch wenn es jetzt ein 5-2 war eigentlich jedes match relativ spannend außer cdc am akt also war schon spaßig ja okay im chat gab es ja ein gab es ja eine eine sehr heiße diskussion jetzt jetzt kommt auch eine frage an euch halt von die über diese diskussion würdet ihr capro und naut als backline sehen och ne naut nicht naut ist ja also ich würde naut frontline spielen ja und capro mit line ja könnte man aber trotzdem capro sollte nicht die waffen mit meister range sein ja da habt ihr auf jeden fall recht mit der einschätzung nintendo ist ein bisschen anders genau und dann hätte sich ja naut ist als backline an aber ja dann keine fragen mehr im chat gleich ist ja keine fragen mehr ich habe auch keine fragen mehr dann kommen wir zum ende des interviews wenn ihr wenn ihr nichts mehr zu sagen habt oder habt ihr noch was zu sagen eigentlich eigentlich okay dann ja dann war es das mit dem interview hier euch dann noch viel spaß mit spaß mit dem feiern und all dem ja und dann jesi bereite mal den raid vor wen gibt es denn so tolles die wir raiden werden den johnny live lol ja das ist ja auch schon der raid so morgen ist also morgen ist heilig abend kein match ist kein match ist auch für morgen geplant warte das guck ich jetzt mal nach also morgen arbeiten muss wenn doch gewählt ist nichts ja aber ich habe das heute nicht reingeschaut ob heute noch welche reingekommen da kam sogar welche rein oh spannend fisch da muss man gleich arbeiten muss ich einfach morgen aus jünger spiel dann heilig ab ok nein du darfst du nicht arbeiten noch nicht noch nicht also leute wenn ihr fisch mobben wollt spielt morgen er muss morgen nämlich stream und es ist eingeplant ja weil die anderen nicht mal tot sind gefühlt nee ja das ist korrekt so da aber ja was ist jetzt hier im stream heute morgen gibt es wahrscheinlich nichts aktuell nicht bitte legt keine spiele auf morgen danke genau ab jetzt ist das best of online ja jetzt das best online das heißt guckt euch den raid an und danach geht zum youtube channel bis irgendwann dann bis irgendwann dann so wir sind offen rein